Hahn ist eine mittlere kreisangehörige Stadt des Kreises Mettmann in Nordrhein-Westfalen zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Geografie Hahn liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal im Bergischen Land am Übergang zur Niederrheinischen Bucht. Wirtschaftlich wird Hahn von der Rheinschiene beeinflusst. Architektonisch und kulturell zählt Hahn zum Bergischen Land, was unter anderem an den vielen Fachwerkhäusern deutlich wird. Mit ihren rund 30.000 Einwohnern ist Hahn die drittkleinste der zehn Städte im Kreis Mettmann. Der höchstgelegene Punkt der Stadt ist 213 Meter über Normal-Null, der tiefstgelegene Punkt 72 Meter über Normal-Null. Die durchschnittliche Höhe beträgt 150 Meter. Hahn wird im nördlichen Teil von der Düssel, im südlichen Teil von der Ilter durchflossen. Die Ilter bildet zu großen Teilen die Stadtgrenze mit Solingen. Hahn grenzt an folgende Kreisangehörigen und kreisfreien Städte. Mettmann, Wuppertal, Solingen, Hildern und Erkrat. Die Stadt Hahn bezeichnet sich im Außenauftritt als Gartenstadt. Im 19. Jahrhundert waren den Wohnhäusern tiefe Gartenflächen zugeordnet. Samenhandlungen spielten für die städtische Wirtschaft eine bedeutende Rolle. Die Stadt ist von einem ausgedehnten Grüngürtel umgeben, beginnend vom Osterholz im Nordosten über das Ittertal im gesamten Süden, den Kesselzweier und den Hildener Stadtwald im Westen bis hin zum Düsseltal und den Ausläufern des Neandertals im Nordwesten. Innerhalb des Siedlungsgebiets erstrecken sich das Hanabachtal, das sich vom Osten Hans bis nah an die Innenstadt ausdehnt, sowie das Gelände rund um den Sandbach im Westen der Stadt. Auch in der Innenstadt wird großes Augenmerk auf gepflegte Grünanlagen gelegt, so dass dort insbesondere im Sommer bunt blühende Pflanzen zu sehen sind. Geschichte Siehe auch, die Ursprünge Hans werden ungefähr auf das Jahr 2200 v. c. h. r. datiert. Damals wurde im heutigen Stadtkern eine Siedlung in Haagform, also mit Wall, Palisadenzaun und Heckenstreifen ausgestattet. Dementsprechend soll sich der Name Harn von Hagen ableiten mit einer Umbildung analog zu Hain. Ab 718 n. c. h. r. lag Harn nahe der Zwischensonnborn und Elberfeldverlaufenden sächsisch-fränkischen Grenze. Schon vor Beginn des Hochmittelalters gehörte Harn zusammen mit Hildern zum Erzbestum Köln und war auch nach Bildung der Grafschaft und späteren Herzog Thunberg eine der Enklaven innerhalb dieses Territorialgebietes. Zu diesem Zeitpunkt unterstand diese Kirche der Hauptkirche in Hildern. 1386 fand die Straße von Hildern über Harn nach Elberfeld die heutige Bundesstraße 228 erstmals urkundliche Erwähnung. Die ersten Belege für das bis ins 20. Jahrhundert in Harn weit verbreitete Schleifer- und Webergewerbe lassen sich auf die Jahre 1589 bzw. 1724 zurückdatieren. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde die Harner Kirche evangelisch reformiert. 1808 gerieten die Orte Harn, Elscheid, Milrat, Gräuten, Schöller und Sonnborn unter französische Herrschaft und wurden zur Mary Harn vereinigt. 1815 wurde diese Gemeinde unter preußische Verwaltung gestellt und zu einer preußischen Bürgermeisterei umgewidmet. Zu dieser Zeit gehörten zur Bürgermeisterei Harn in der Sandgemeinde folgende sieben Special-Haushalt-Gemeinden. Kirchspiel Harn, Hörnschaft Elscheid, Hörnschaft Milrat, Hörnschaft Gräuten, Hörnschaft Schöller, Hörnschaft Obgräuten und Kirchspiel Sonnborn 1841 erhielt Harn mit der Fertigstellung der Bahnlinie Elberfeld-Gräuten-Düsseldorf Anschluss an das sich stetig ausdehnende Schienennetz. 1867 folgte mit der Strecke Ulichs-Gräuten eine weitere Verbindung. Im selben Jahr schied Sonnborn aus der Bürgermeisterei Harn aus. 1894 lösten sich auch Milrat, Gräuten und Schöller aus dem Verband und bildeten die Bürgermeisterei Gräuten. 1899 erhielt Harn eine Straßenbahnverbindung von Benrath nach Vorwinkel. 1921 wurden die Stadtrechte an Harn verliehen. Zur Jahreswende 1944-1945 hinterließ der Zweite Weltkrieg sichtbare Spuren im Stadtbild. Als am Silvester und Neujahrstag Wohngebiete in Ober- und Mittelharn bombardiert wurden. Dabei kamen 70 Menschen ums Leben. Am 16. April 1945 zogen US-amerikanische Truppen in Harn ein. Im Juli 1945 abgelöst von britischen Streitkräften. 1956 ersetzte die katholische Kirchengemeinde ihr neugotisches Gotteshaus von 1869 durch die moderne St. Chrysantus und Daria Kirche. Im Zuge der kommunalen Neugliederung wurde am 1. Januar 1975 Gräuten nach Harn eingemeindet. Zuvor hatten sich die Bürgerinnen und Bürger beider Orte durch Proteste in der Landeshauptstadt Düsseldorf erfolgreich gegen eine Eingemeindung Harns nach Solingen sowie Gräutens nach Wuppertal zur Wehr setzen können. 1996, 28.996, 1997, 29.213, 1998, 29.452, 1999, 29.525, 2000, 29.677, 2001, 29.607, 2002, 29.518, 2003, 29.472, 2004, 29.370, 2005, 29.325, 2006, 29.411, 2007, 29.325, 2006, 29.411, 2007, 29.325, 29.423, 2008, 29.149, 2009, 30.149, 2009, 30.149, 2010, 29.149, 2011, 30.257, 2012, 29.848, 2013, 29.985, 1985, 2014, 30.811, Politik, Ergebnisse der Stadtratswahlen 1975 zu 2014 die Christlich Demokratische Union Deutschlands, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und die Freie Demokratische Partei waren immer im Stadtrat vertreten. Seit 1984 zählt auch die grüne Alternative Liste, ein Teilverband von Bündnis 90 Die Grünen zum Stadtrat. Die unabhängigen Wählergemeinschaft Hahn konnte seit ihrer Gründung in den 2000er Jahren immer in den Stadtrat einziehen. Die Linke war nur von 2009 bis 2014 im Stadtrat vertreten. Im Jahr 2014 gelang es sowohl der Alternative für Deutschland als auch der Wählergemeinschaft lebenswertes Hahn in den Stadtrat einzuziehen. Die Parteien bzw. Gemeinschaften wurden erst 2013 gegründet. Als Zeichen der deutsch-polnischen Versöhnung wurde 1957 eine Patenschaft Hahns über den nunmehr unter polnischer Verwaltung stehenden ehemaligen Kreis Guten Tag Loben in Oberschlesien ins Leben gerufen. 1967 kam eine Städtepartnerschaft mit EU hinzu. Im Jahr 1982 wurde eine Städtepartnerschaft mit Böhr-Wicke-Pontwied begründet. Nach der Wiedervereinigung ergänzte Bad Lauchstedt in Sachsen-Anhalt die Reihe der Hahner Partnerstädte. 2004 wurde die bisherige Patenschaft über der Brochien zu einer Städtepartnerschaft umgewidmet. Seit vielen Jahren finden Schüleraustausche zwischen Hahn und den Partnerstädten statt. Die Stadt führt ein Stadtwappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel. Das Recht zur Führung eines Wappens ist der Stadt mit Urkunde vom 29. April 1937 vom Oberpräsidenten der Rheinprovinz in Koblenz verliehen worden. Wappen, Flagge, Logo, Blasonierung Das vom Herald IK Wolfgang Pagenstecher entworfene Hahner Wappen ist ein redendes Wappen, wenn gleich der Ortsname von Hain oder Hagen abzuleiten ist. Der Bergische Kräer soll auch den Charakter des Bergischen Landes kennzeichnen. Sehenswürdigkeiten Alljährlicher Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt ist die Hahner Kirmes, die immer am letzten Dienstag im September endet und am vorhergehenden Samstag beginnt. Für die Straßenkirmes mit jährlich ca. 400.000 Besuchern wird die komplette Hahner Innenstadt und ein Teil der B228 gesperrt. Für die Hahner Bevölkerung nimmt die Kirmes einen hohen Stellenwert an, der in anderen rheinischen Städten eher dem Karneval vorbehalten ist. Hier wie dort stellt der Montag den Höhepunkt der Feierlichkeiten dar. Am Kirmesmontag schließen die Hahner Geschäfte und Ämter frühzeitig und die Kinder erhalten schulfrei. Dieser Tag ist der traditionelle Treffpunkt der Hahner, während die übrigen Tage eher den auswärtigen Besuchern gehören. Über die geschichtlichen Ursprünge der Hahner Kirmes bestehen unterschiedliche Auffassungen. Ein Jahrmarkt auf Hahner Gebiet wurde erstmals 1386 urkundlich erwähnt. Einige Historiker vermuten jedoch die Hahner Kirmes Geschichte reiche bis in die Zeit der Sachsenkriege Karls des Großen im 8. und 9. Jahrhundert zurück. Damals könnten Marketender die auf Hahner Gebiet nahe der bei Sonnborn verlaufenden feindlichen Linie, bivakierenden karolingischen Soldaten versorgt haben. Den traditionellen Abschluss der Hahner Kirmes bildet das von den Schaustellern gestiftete Feuerwerk am Dienstagabend. Erstmals fand der Hahner Sommer anlässlich einer Teilnahme am Landeswettbewerb ab in die Mitte im Jahr 2007 statt, bei dem Ideen zur Belebung von Innenstädten prämiert wurden. Die privaten Organisatoren aus Hahn erhielten für ihre Idee zwar keinen Preis, setzten die Planung aber dennoch um. Während der Sommerferien wird der untere Teil des neuen Markts westlich des Stadtbrunnens in einen Strand verwandelt. Helfer verteilen mit Schaufeln und Schubkarren große Mengen Sand und gestalten den Platz anschließend mit Schirmen, Strandkörben, Sandspielgeräten aller Art, diversen Strandpflanzen, einem Zelt und einem Volleyballnetz, so dass ein Urlaubs- und Strandgefühl entstehen kann. Das Team des Hahner Sommer e.V. organisiert mit zahlreichen Helfern des Weiteren ein Programm für Jung und Alt. Vom Sandburgenbau-Wettbewerb über den Auftritt verschiedener Hahner-Vereine, Musik- und Künstlergruppen bis hin zum gemeinsamen Singen. Nahe der Stadtgrenze zu Solingen liegt das kleine Fluss Schen-Itter. Die Itter entspringt bei Solingen-Grefrath mündet bei Düsseldorf-Wennrath in den Rhein und beherbergte bis weit ins 20. Jahrhundert an ihren Ufern die Kottenwirtschaft. In kleinen einfachen Häusern wurden mithilfe eines Wasserrades Blasebäge, Schmiedehämmer und Schleifsteine zur Metallbearbeitung angetrieben. Insbesondere die berühmten Solinger Klingen haben hier ihren Ursprung. Auf Hahner-Gebiet liegen acht ehemalige Kotten und Mühlen. Von Ost nach West sind dies der Bastians- und der Ernenkotten, die Heidberger Mühle, der Köllers bzw. Hahnerkotten, die Breitenmühle, der Schafenkotten, die Bruchermühle und der Brucherkotten. Die Kotten und Mühlen lassen sich teilweise bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Die historischen, meist im Fachwerkstil erbauten Gebäude sind bis auf die Breitenmühle erhalten und bis heute entweder zu Wohnhäusern oder, wie im Fall der Heidberger Mühle, zu Restaurants umgebaut. Der alte Ortskern Greutens mit seinen gut erhaltenen Fachwerkhäusern ist die größte intakte historische Siedlung auf Hahner Stadtgebiet. Ältestes Bauwerk ist das Haus am Quall, von dem zumindest ein Gebäudetrakt auf das 14. Jahrhundert zurückdatiert werden kann. Das Haus am Quall wurde von dem eigens gegründeten Förderverein aufwendig restauriert und ist heute für Feiern, Lehr- und Informationsveranstaltungen ITC nutzbar. Die evangelisch reformierte Kirche aus dem Jahr 1721 sowie die katholische St. Nikolaus-Kirche aus dem Jahr 1879 überragen das alte Dorf. Charakteristisch für das Hahner Stadtbild sind die zahlreichen Häuser im bergischen Schieferbaustil. Daneben existieren auch zahlreiche Gebäude in weiteren historischen Baustilen, insbesondere aus der wilhelminischen Epoche. Das Rathaus im Stil des Historismus wurde 1902-1900 Drittel nach einem Entwurf des damaligen Gemeindebaumeisters Wilhelm Stricker an der Kaiserstraße errichtet. Beispielhaft ist der geschmückte Giebel über den großen Bleiglasfenstern des Ratssaales sowie das Türmchen zur Rechten des Gebäudes. Ein Spiegelbild des wilhelminischen Baustils stellen die im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts errichteten Gebäude am Alten Markt dar. Die evangelische Kirche an der Kaiserstraße wurde 1864 ihrer Bestimmung übergeben. Der Backsteinbau löste das ein Jahr zuvor abgerissene romanische Gebäude auf dem alten Kirchplatz ab. Das seit etwa 850 als Gottesdienststätte diente. In der Kirche findet man noch heute den Türstein der Alten Kirche, einer der ältesten Kirchensteine Deutschlands. Ein weiteres bekanntes Beispiel für die auch als Bergischer Barock bezeichnete Schieferbauweise ist das im Jahr 1728 erbaute Becherhus an der Kaiserstraße. Das seit jeher als Gaststätte dient. Ein Brand zerstörte 1998 Dekasekunden ebenfalls für den Restaurantbetrieb genutzte Dachgeschoss, das jedoch restauriert werden konnte. Hervorzuheben ist außerdem die Hofgruppe am unteren Nachbarsberg, die zehn ehemalige Weber- und Schleiferhäuser umfasst. Die aus Schiefer- und Fachwerkhäusern bestehende Siedlung ist komplett denkmalgeschützt und vermittelt einen guten Eindruck des alten Hahn. Historische Villen aus der Zeit der Jahrhundertwende finden sich an der Schillerstraße, Königstraße, Bahnhofstraße, Kaiserstraße und Düsseldorfer Straße. Sie legen Zeugnis vom Wohlstand der Fabrikanten und Großbürger dieser Zeit ab und sind bis heute typisch für das Erscheinungsbild. Rheinisch-Bergischer Städte Die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in einer wirtschaftlichen Blüte standen. Die Manertmühle Eine ehemalige Mühle aus dem 14. Jahrhundert befindet sich an der Stadtgrenze zu Erkrat. Sie steht seit 1982 unter Denkmalschutz und wird heute als Restaurant betrieben. Das Rathaus der Stadt Hahn, Evangelische Kirche an der Kaiserstraße, das Becherhuss, die Manertmühle, die Hahnergartenlust Eine Privatinitiative bemüht sich um die Wiederbelebung des Gartenstadtcharakters. Geschichtliche Vorgänger hierzu finden sich 1952 und 1954 mit dem Tag der Blume. Seit der Premiere im Juni 2006 bei der Zehn Privatgärten für das Publikum geöffnet wurden, findet jährlich am ersten Sonntag im Juni ein Tag der Hahnergartenlust statt. Dieser wird seit 2007 von einem Garten- und Pflanzenmarkt auf dem Karl-August-Jungplatz begleitet. Bemerkenswert sind die Natur- und Landschaftsschutzgebiete. In unmittelbarer Nachbarschaft der Großstädte Düsseldorf, Wuppertal und Solingen hat sich in den Bachtälern eine schützenswerte Natur entwickelt. Insbesondere die aufgelassenen Steinbrüche in der Nähe von Gräutendorf beherbergen schützenswerte Arten wie seltene Orchideen, Kreuz- und Geburtshelferkröten. Durch die ehrenamtliche Arbeit der AGNU HNEV wurden zahlreiche Amphibiengewässer angelegt. Außerdem werden jährlich die Orchideenwiesen gepflegt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Pflege der Kopfbäume, die an den Ufern der zahlreichen Gewässer in Hahn stehen. Die Landschaften rund um Hahn im Düssel und Itteral können auf Wander- und Spazierwegen erkundet werden. Unter anderem führen der Bergische Weg und der Neanderland steigt durch das Stadtgebiet Hains. Der sogenannte Hains ist eine Art Neustadt-Maskottchen, das von Franz Leinfelder, einem Hainer Künstler, entworfen wurde und aus lackiertem Stahlblech von der Firma Häuser Apparatebau gefertigt wurde. Es gibt acht große verschiedenfarbige Hains, die bis zu 4,50 Meter hoch und über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Unter anderem auf dem Kreis Verkehrsrundallee Straße, auf dem Kreisel Ulixer Straße, am Kellertor neben der Flurstraße, an der Bahnhofstraße und an der Börtinger Straße. Darüber hinaus gibt es 18 kleine Hains, die käuflich zu erwerben waren und nun zum Teil Schaufenster und Ladenlokale ziehen. Bevor die Skulpturen in Hahn aufgestellt wurden, befanden sie sich zehn Jahre auf Wanderschaft durch deutsche Museen und Ausstellungen. Erdacht wurde der Hains von der mittlerweile zum Arbeitskreis gereiften ehemaligen Privatinitiative Hahn quer, Wirtschaft und Infrastruktur, ansässige Unternehmen Bohle Gruppe, Discher Technik, Ostermann Einrichtungshaus, Rockwell Automation. Es gibt einen runden Tisch von Unternehmen und Schulen zur Vermittlung von Ausbildungsplätzen. Hahn verfügt über ein städtisches Hallenbad, das wegen finanzieller Probleme lange Zeit geschlossen war. In Greuten bestand bis 2012 ein Bürgerhaus für die Veranstaltungen von Bürgern und Vereinen. In Hahn gibt es als Treffpunkt für Jugendliche das Jugendhaus. Es finden dort regelmäßig Konzerte statt. Schulen Es gibt fünf Grundschulen, ein Gymnasium, das städtische Gymnasium Hahn, eine Real- und eine Hauptschule. Außerdem existiert eine Volkshochschule sowie eine Musikschule. Seit 1984 gibt es im Stadtteil Greuten eine freie Waldorfschule. Hahn verfügt über gute Verkehrsanbindungen. Die Bundesautobahn 46 sowie die Bundesstraße 228 durchqueren das Stadtgebiet. Der Hahner Bahnhof ist ein Haltepunkt an der Bahnstrecke Greuten-Köln-Müllheim. Er wird von der RB 48 halbstündlich bedient. Über den Bahnhof Greuten ist Hahn auch an die S-Bahn Rhein-Ruhr angebunden. Der Flughafen Düsseldorf ist 22 Kilometer entfernt. Hahn liegt im Verbreitungsgebiet der drei regionalen Tageszeitungen Rheinische Post, Westdeutsche Zeitung und, wenn gleich mit unregelmäßiger Hahner Berichterstattung, Neue Rheinzeitung. Hahns bekanntestes Anzeigeblatt ist der Hahner Treff, der neben der Wochenpost wöchentlich am Mittwoch erscheint. Seit dem 20. Oktober 2010 wird anstelle des Lokalanzeigers das Blatt Hallo! Hahn ebenfalls am Mittwoch publiziert. Am 29. Juli 2015 erschien das Blatt zum letzten Mal. Der Supertipp wird jeden Samstag veröffentlicht. Für die Radio- und Fernsehberichterstattung sind die in Mettmann ansässige private Radiostation Radio Neandertal sowie das Lokalstudio Wuppertal des Westdeutschen Rundfunks zuständig. Persönlichkeiten Und Verbandsfunktionärin Melanie Hoffmann Fußballspielerin Christian Hose Handballspieler Klaus Heizmann Komponist Dirigent und Musikverleger Walter Huppen Koten Jurist SS-Standartenführer im Reichssicherheitshauptamt und NS-Verbrecher Mario Irk Schauspieler Klaus König Komponist und Musiker Anna Kraft Sportjournalistin Laura Leluschko Deutsche Fußball-Nationalspielerin Leo G., Linda, Autor, Regisseur und Produzent Helmut Lötzerich, Sport- und Hochschullehrer Patrick Mölleten, Schauspieler Wilhelm Niggemeier, Offizier und Lehrfilmautor Maximilian Scher, Journalist und Schriftsteller Günther Scheib, Lehrer und Politiker 1994 zu 2009 Bürgermeister von Hildern Lena Schmidt, Leichtathletin unter anderem Deutsche U23 Meisterin über 400 Meter Martin Schüller, Schriftsteller und Musiker Inse Magdalene Steinhaus, Schauspielerin Nicole Struse, Mehrfache Europa- und Deutsche Meisterin im Tischtennis Sigur Tesche, Deutscher Dokumentarfilmer Guido Till, seit 2005 Oberbürgermeister von Göppingen Klaus Sieter-Völker, Politiker und ehemaliges Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen Peter Zudeik, Journalist und Satiriker Folgende Personen stammen nicht gebürtig aus Hahn, lebten oder leben aber in der Stadt Georg Wilhelm Adamowitsch, ehemaliger Chefe der Staatskanzlei NRW und Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Antoin Beuger, niederländischer Komponist, Kulturmanager und Musikverleger Sarah Bogen, Schauspielerin Wilhelm Bungert, ehemaliger Tennis-Davis-Cup-Spieler Friedrich Eugen Engels, Sänger Harald Giebels, ehemaliges Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen Bernd Lucke, Professor für Makroökonomie an der Universität Hamburg, Mitbegründer der AfD und Alpha Michaela Noll, Mitglied des Deutschen Bundestages Christian Petzold, Filmregisseur Berenger Pfahl, Regisseur und Drehbuchautor Klaus Rinke, Künstler und Professor an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf Gebrad Schwärmer, Künstler und Kunsterzieher Dieter Spätmann, ehemalige Vorstandschefe der Thyssen AG Hans-Joachim Utke, Grafiker Helmut Weber, Arzt und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande Bildergalerie Das Gut in der Smittenan Das Haus am Schwan Das Gut in der Kron Haus an der Kaiserstraße Krämerladen aus dem 19. Jahrhundert Haus an der Kaiserstraße Villa an der Düsseldorfer Straße Villa an der Bahnhofstraße